Ein wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Filmverrückt. Das ist meine kleine Kolumne, die hier im Moritzhof aufgenommen wird, und zwar im Kino unterm Dach. Das wir jetzt leider immer noch nicht besuchen dürfen, aber wir können ja mal über Filme reden, die man in anderer Form sich auch jetzt mal ansehen kann. Und normalerweise schreibe ich als Redakteur für die 35 Millimeter, das sind Filme bis 1965, ein Printmagazin, und ich habe eine eigene Kinokolumne, Filmverrückt, in der Magdeburg Kompakt, und bin dabei auch ab und zu beim Zombie, beziehungsweise Neon-Zombie, und schreibe dort über Filme in der neu erscheinenden, demnächst übrigens über Superman, der Film. Lohnt sich immer auch zu lesen. Und dann schreibe ich für die Nacht der lebenden Texte ab und zu. Das nur zur Erklärung vorweg. Und der erste Film, den ich empfehle, ist ein bisschen ungewöhnlich für mich. Eine deutsche Krimi-Komödie, die obendrein eine ganze Reihe angepasst ist. Hm, wundert man sich vielleicht. Ich mag die sehr gerne. Das sind die sogenannten Eberhofer-Krimis. Das sind bayerische Krimis. Rita Falk ist die Autorin dieser Kriminalromane, sozusagen Regionalkrimis, die eben in Bayern spielen, in Niederkaltenkirchen. Niederkaltenkirchen gibt es natürlich nicht. Und Eberhofer gibt es auch nicht. Aber es ist sehr schön geschrieben und vor allen Dingen, wie ich finde, sehr schön gespielt und wirklich komisch. Der Film, den gibt es bei Kino-on-demand.com. Demand, also demand geschrieben quasi. Und wenn Sie da hingehen können, Sie nämlich den Film dort bekommen und können dann das Geld zum Teil dem Moritzhof zukommen lassen. Das ist doch eine schöne Idee. Und der Film ist auch eine schöne Idee. Der heißt übrigens tatsächlich Leberkäse-Junkie. Und die haben alle so merkwürdige Namen. Davor hieß Sauerkrautkoma. In der Hauptrolle ist Sebastian Betzel zu sehen. Der ist ein wirklich, wie ich finde, überaus komischer Darsteller. Seine Figur, dieses merkwürdigen Dorfpolizisten, ist durchaus angenehm skurril. Die Folgen bauen ein bisschen aufeinander auf. Man muss aber nicht alle gesehen haben, um irgendwas zu verstehen. Jeder Film ist in sich abgeschlossen. Und das ist der Leberkäse-Junkie auch. Denn er ist deshalb ein Junkie, weil er frisst wie ein blöder Leberkäse-Brötchen. Ein Leberkasse-Semmel. Und jetzt darf er das eigentlich nicht mehr. Und die Oma, bei der er wohnt, die kocht jetzt auch immer bio, organisch, kurz. Es gibt Zeug, was ihm gar nicht schmeckt. Darunter leidet auch sein Vater, der im gleichen Haushalt lebt. Der Vater wird übrigens gespielt von Aisy Gulb. Aisy Gulb war in den 80ern ein relativ bekannter Comedian. Ich erinnere mich, ihn live auf der Bühne gesehen zu haben mit einer wunderbar körperlich betonten Comedy. Und es gibt einen Film, dessen Titel mir nie einfällt, von Percy Adlon, wo er mit Marianne Segebrecht zusammenspielt. Da ist er ein Fahrer einer Münchner Straßenbahn, noch ein junger Mann. Und das muss man dazu sagen, er ist ein sehr dünner, auch heute bis heute ein sehr dürrer, fast schon Schauspieler. Und die eher kräftige Marianne Segebrecht daneben, das ist ein schönes Paar, wenn sie sich dann in diesen Schaffner verliebt und die beiden auch ein Paar werden. Das ist sehr schön und skurril erzählt. Der ist also ein sehr skurriler Schauspieler, mehr auf der Bühne dann oft beschäftigt als in Film und Fernsehen. Aber hier hat er eine wiederkehrende Rolle als Vater. Und diesmal brennt tatsächlich ein Haus im Dorf ab und die Nachbarin zieht, weil die Oma sagt, die zieht jetzt bei uns ein. Und die Nachbarin ist eben auch wieder eine bekannte und großartige Schauspielerin, die vor allen Dingen bekannt geworden ist. Und die hat im Woizek mitgespielt von Werner Herzog, das ist Eva Mattes, und hat viel mit Fassbinder auch gearbeitet. Und hat in den 60er Jahren in dem sehr schönen Film Supermarkt, das ist das Debüt, der Debütfilm von Roland Klick, einem ein bisschen unterschätzten deutschen Regisseur, in diesem Krimi mitgespielt. Und vor allen Dingen wird sie dieser oder jener kennen aus dem Fernsehen, weil sie war jahrelang jetzt die Kommissarin, wenn vom Bodensee der Tatort übertragen wurde. Und ihr dortiger Assistent wurde wieder gespielt von Sebastian Betzel, dem Eberhofer. Und die beiden, da entwickelt sich immer Feuer, weil er mag diese Nachbarin nicht, die soll gar nicht da hinziehen, man hasst sich sehr ausführlich. Die Mattes spielt das großartig und er auch, es macht richtig Spaß dabei zuzugucken. Auch sonst sprühen die Dialoge nur so. Simon Schwarz ist immer mit dabei als Privatdetektiv. Den kennt man möglicherweise auch aus einer ganz anderen witzigen Krimi-Filmreihe, nämlich mit Josef Hader gibt es eine ganze Reihe österreichischer Krimis, wo ganz oft der Simon Schwarz sein Sidekick dort dabei ist. Also auch ein Schauspieler, der eine Menge kann und trotzdem alles so Schauspieler, die gar nicht so oft im Fernsehen zu sehen sind, dass man die Gesichter schon nicht mehr ertragen kann. Sondern es sind relativ frische Gesichter immer noch. Der Vorgesetzte vom Eberhofer, der wird von einem ganz großen bayerischen Kabarettisten gegeben, der in Passau ein ganz großartiges Kabarett gemacht hat in den 80er Jahren noch. Und der einige Filme gedreht hat, Spielfilme, wo er selber auch Regie geführt hat. Der ein wunderbares Soloprogramm gemacht hat, das den schönen Titel Ausschwitzen trägt, auch aus den 80ern. Und der ist dort als Vorgesetzter ein ganz großartiger Mann, der eine urbayerische Figur, der jede Figur spielen kann. Man glaubt ihm einfach und man mag ihn dafür. Und eine Menge, 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 Menge toller Spieler dabei. Und eine schöne Krimi-Handlung, witzig erzählt sind all diese Eberhofer-Krimis und das macht einfach Spaß in der Ruhe. Der komischen Ruhe erzählte Filme. Eine wiederkenne Figur ist auch der Klempner und der Schlachter, die tauchen immer wieder auf. Und der Klempner hat diesmal eine Menge Aufträge eigentlich und hat Klobecken gekauft. Und die stapelt er jetzt, weil er sie gerade nicht los wird, denn nach dem Brand soll das große Hotel doch nicht gebaut werden. Und die stapelt er also als Protestaktion dann auf dem Kreisel. Ich sage der Kreisel, weil in jedem dieser Eberhofer-Krimis taucht dieser Kreisel auf. Und mittlerweile heißt er, soweit ich weiß auch, weil Niederkaltenkirchen ist der Ort, den es nicht gibt, heißt er, glaube ich, Niederkalterkirchener Kreisel tatsächlich in dem Ort, in dem gedreht wird, aus Erinnerung an diesen Film. Und da werden diese Klobecken hingestellt und das sieht dann eher aus wie eine künstlerische, ja wie eine ganze, wie soll man das erklären, wie moderne Kunst. Denn interessanterweise ist ja die erste Readymade von Marcel Duchamp eine Kloschüssel gewesen. Wir befinden uns also sozusagen in der Welt der modernen Kunst, die ganz nebenbei angedeutet wird. Und diese intelligente Witzigkeit, die sich durch den ganzen Film zieht, die ganze Reihe zieht, macht immer wieder Vergnügen. Denn unter dem scheinbar leichten, sonnigen Bayernwitz lauert immer noch in der Tiefe etwas mehr. Und auch hier tut es das. Es gibt also ein verbranntes Opfer und dann ist natürlich Schuld der Erste, der als Täter in Frage kommt, das muss der Schwarze gewesen sein, der obendrein im Fußballverein spielt. Und da hat jemand eine kleine Rolle bekommen, der mich sehr überrascht hat. Klaus Augenthaler spielt den Trainer dieses unterklassigen Clubs und Augenthaler ist so großartig. In seiner wirklich rauen Unzugänglichkeit dieses, ja was ist, was willst, was hier los, was wollt ihr alle von mir. Das muss man einfach ins Herz schließen. Also ich denke, er sollte eine Schauspielkarriere machen, auch wenn er nur den Mürrischen geben kann. Aber Augenthaler, Auge ist großartig im Film. Und man kriegt mit, das haben sich alle auch ein Autogramm von ihm geholt und er auch von jedem. Da war gute Laune am Set. Man merkt, man hat auch dort Spaß miteinander. Der überträgt sich auch aufs Sehen. Jedes Jahr kommt einer raus, der läuft auch immer im Kino, landet fast immer kurz mal in den Top Ten. Ist in Bayern ein Riesenerfolg, ansonsten nicht ganz so groß, hat es aber verdient. Kann man auch auf der großen Leinwand sehen. Man merkt, da haben Leute Vergnügen an ihrer Arbeit. Lohnt sich. Moderne, Komödie und Krimi. Und der nächste Film, den ich vorstellen möchte, ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen, sehr viel älter, um genau zu sein. Der ist nämlich von 1900, ich muss nochmal nachgucken, dass ich es richtig sage, 32, ist er auch. Von 32. Und das ist dieser Film, Graf Zaroff, Genie des Bösen. Ja genau, das Ding, doof. Ging mir auch so. Deutscher Titel ist ganz doof. Der Originaltitel ist The Most Dangerous Game. Das gefährlichste Spiel. Und der ist auch viel angemessener. Der Film ist tatsächlich auch ein Krimi oder eine Art Kriminalfilm. Er wird auch als Horrorfilm gehandelt. Und er war damals tatsächlich ein Film, der einiges bewegt und erregt hat. Weil er ist explizit auch in der Darstellung der dort auftauchenden Gewalt. Der Böse, eben jener Graf Zaroff, ein vermutlich russischer, auf jeden Fall osteuropäischer Adliger, er jagt nämlich auf einer kleinen, versteckten Insel Menschen, die dort anlanden. Und die gejagten Menschen werden dann wohl auch als Trophäen in seinem Trophäenschrank untergebracht oder ihre Köpfe wenigstens. Man sieht es nicht, man bekommt es aber so gesagt und das reicht aus. Da sind wieder drei Neuer auf der Insel gelandet. Einmal Bruder und Schwester und dann ein anderer Jäger, der auch als Jäger sehr berühmt ist wohl. Und dann sagt Zaroff, mit ihm will er gerne in Wettstreit treten. Die Frau wird gespielt von Faith Ray, das ist auch die Frau, um die es natürlich geht, die dann beide Männer haben wollen und dann entbrennt der Kampf um die Frau. Und jener Graf Zaroff, der scheint auch dann seinen sexuellen Appetit zu stillen nach der Jagd. Also erst muss jemand erschossen werden und dann funktioniert es auch wieder untenrum quasi. Das wird auch sehr explizit so ausgedrückt, dass für ihn das eine mit dem anderen Hand in Hand geht, dass er direkt nach der blutigen Jagd noch quasi am besten selber Blut beschmiert über die Frau dann herfallen kann und mit ihr Sex hat. Das ging damals in Amerika gerade noch so. Der Film ist aus der Pre-Code-Zeit. Was bedeutet das? Dass in den 30er Jahren der sogenannte Hayes-Code eingeführt wurde, nach einem gewissen Joseph Hayes, der ja ein sehr konservativer Politiker war und der da eingesetzt wurde, in diesem wirren Hollywood-Verordnung zu sorgen. Damals gab es zum Beispiel noch unproblematische Gay-Comedies und anderes. Das heißt, auch Schwulsein war durchaus möglich in den amerikanischen Filmen. Und es gab teilweise Texte, ich sage nur Mae West, die ja berühmt war für ihre seltsamen Sätze, die sie sagte in Filmen, die sie selbst produzierte. Die war ein blondes Gift, wie man damals sagte, sehr erotische Schauspielerin. Und der berühmte Satz, sag einmal, ist das eine Pistole in deiner Tasche oder freust du dich nur, mich zu sehen, der ging damals auch noch durch und war einer der Gründe, warum der Hayes-Code eingeführt wurde. Solche Sätze waren dann tatsächlich verboten. Dann durften Held und Heldin auch nur in einem Zimmer übernachten, wenn sie verheiratet oder wenigstens verlobt waren. Küsse wurden reglementiert und, 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 es war sehr scharf. Das war in diesem hier noch nicht der Fall. Most Dangerous Game geht natürlich dann so aus, dass erst mal der Bruder von Fay Wray gejagt werden muss vom bösen Grafen Zaroff und auch getötet wird. Zaroff übrigens wird gespielt von Leslie Banks, ein sehr interessanter Schauspieler. Vielleicht hat ihn dieser oder jener mal gesehen in Der Mann, der zu viel wusste von Hitchcock. Dazu muss man sagen, dieser Film ist der einzige Film, den Hitchcock zweimal gedreht hat. Es gibt einen, der Mann, der zu viel wusste aus den 30er Jahren und aus den 50er Jahren. Banks war einer der Hauptdarsteller in dem aus den 30ern. Großer englischer Schauspieler, merkt man auch, der kann richtig sehr gut spielen. Und dann gibt es die 50er Jahre Verfilmung, die kennt man möglicherweise eher mit James Stewart und die hat man vielleicht auch schon öfter mal im Fernsehen gesehen. Die alte läuft gar nicht so oft. Und dann gibt es natürlich diesen anderen Jäger und der wird gespielt von Joel McCree. Joel McCree war damals ein sehr erfolgreicher Schauspieler, der so als Erotikstar für das überwiegend weibliche Publikum tatsächlich, was den Horrorfilmsektor betraf, ablöste Bela Lugosi, der ja als Dracula einen großen Durchbruch hatte und dann auch einige Zeit das Erotiksymbol war. Und nun kam Joel McCree, All American Man, also gestählt, blond und es gab einen Film, den er gedreht hatte, zusammen mit einer mexikanischen Schauspielerin, wo er nackt zu sehen war. Aber das war dann sein absoluter Durchbruch, nackt unter Wasser, mehr konnte man damals schon wirklich nicht verlangen. Und dadurch wurde er dann ein richtiger Star und dann ist er tatsächlich, zusammen mit Faith Ray auch, in dem berühmten King Kong-Film aufgetaucht von damals. Und das Team, das King Kong gedreht hat, das hat auch Most Dangerous Game gedreht. Die gleichen Kulissen sind es sogar, wenn man den King Kong mal gesehen hat, King Kong und die weiße Frau hieß er bei uns. Dann hat man einige der Kulissen gesehen, den Wald, diesen sehr großen Urwald mit einigen Stellen, die definitiv auch im King Kong genauso drin waren. Und dieser Film, den ich übrigens sagte, wo der Joel McCree nackt auftaucht, auch daraus gibt es Bilder zu sehen. Luana hieß der seinerzeit. Das sind also viele Bilder und Schiffsuntergang ist auch aus einem anderen Film da reingeklaut. Der Film ist sehr günstig hergestellt worden, sozusagen. Wir haben die Kulissen, wir haben die Schauspieler aus King Kong, weil Faith Ray, die weibliche Hauptdarstellerin, übrigens die allererste Stream Queen, die erste Frau, die im Film wirklich schreien konnte. Sie konnte so gut schreien, dass sogar im King Kong von 1976 nochmal ihre Stimme reingeschnitten wurde, weil sie unglaublich toll schreien konnte. Davon abgesehen wurde sie eine erfolgreiche Horrorschauspielerin, hat in Games des Wachsfigurenmuseums mitgespielt, Dr. X hat sie gehabt, eine Hauptrolle. Und natürlich vor allen Dingen Dean King Kong, der berühmte Satz am Ende, it was beauty that killed the beast, also die Schönheit hat das Ungeheuer getötet, eigentlich nicht die Waffen. Den Satz, wenn man ihn kennt und den sollte man kennen, wenn man sich mit Horrorfilmen beschäftigt ein bisschen, dann merkt man auch, oh, Moment mal, diese Frau, ja, so schön ist sie tatsächlich. Damals jedenfalls galt sie halt so schön. Wer sich für den King Kong interessiert, es gab eine Zusammenarbeit zwischen dem Puppentheater und dem Schauspielhaus oder dem Opernhaus, zusammen ein King Kong-Stück in der vergangenen Spielzeit zu erarbeiten. Wenn das nochmal aufgenommen werden sollte, ich glaube, im Moment ist es raus, lohnt es sich mal reinzugucken, kann man auch noch was lernen und sehen. Und man sollte sowieso die heimischen Theater und Kabaretts besuchen nach Corona. Dieser Film, nochmal toller Film und vor allem die Veröffentlichung ist großartig. Warum ist sie großartig? Kleines Label, Wicked Vision. Wicked Vision war ursprünglich mal eine Seite, die sich mit Horrorfilmen beschäftigt hat im Internet. Es gab dort so Chats und anderes und der, der es alles geleitet hat, hat irgendwann gesagt, ich will doch mal Filme rausbringen und zwar Filme, die mir am Herzen liegen. Hat er dann gemacht und das Label gibt es jetzt seit ein paar Jahren und alle Veröffentlichungen, die da erscheinen, wirklich selten sage ich das da schon, die sind alle gut. Weil man merkt die Liebe der Macher zu dem, was sie machen. Es geht nicht darum, ein dickes Geschäft zu machen. Ganz ehrlich, mit einem Film von 1932 macht man kein großes Geschäft. Und ihn rauszubringen auf Blu-ray und auf DVD, das Ganze nicht als Mediabook, sondern eben einfach mal schön in einem ganz normalen Umschlag zu machen, besser hinzustellen, finde ich. Dazu einen wunderbaren Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen, einem der Experten für Kino aus jener Zeit. Er hat lange auch im Filmpark Babelsberg gearbeitet, ein paar Bücher veröffentlicht über Filmtricks und zwar schon in den 80er Jahren. Der ist sozusagen Dr. Horror sein Spitzname. Wobei man eins sagen muss, hier irrt er. Er sagte, hier wäre der erste durchgehende Soundtrack je für einen Film. Max Steiner hätte ihn geschrieben, das schreiben manche Leute. Das stimmt nicht. Es ist einer der ersten Soundtracks, aber nicht der erste. Es gab vorher schon einen von Max Steiner für die gleiche Filmfirma RKO. Aber das ist so Randwissen. Das wird intensiv beleuchtet in dem Booklet, das fast noch empfehlensweter ist als der Audiokommentar. Das ist geschrieben worden von Clemens Gerhardt. Und der wiederum ist tatsächlich der Chefredakteur meiner 35 Millimeter. Und den lobe ich nicht, weil es die Filmzeitung ist, bei der ich als Redakteur arbeite, sondern weil Clemens einfach eine richtig gute Arbeit gemacht hat. Der ist gut geschrieben, der Artikel. Er ist wirklich klug. Er ist sehr zielführend. Man lernt eine Menge darüber, auch über den Einfluss, den dieser Film gehabt hat. Denn den hat er gehabt. Es gibt ganz viele Remakes. Eines der bekanntesten ist möglicherweise Harte Ziele, Hard Targets mit Jean-Claude Van Damme. Das war der erste Film, den John Yoo, der berühmte Hongkong-Regisseur, in den USA gedreht hat. Und der kannte diesen Film, das Original natürlich auch. Das kennt man in Cineastenkreisen. Der Film ist aber nicht nur für Cineastenkreise interessant. Als ich ihn wiedergesehen habe vor einiger Zeit, war ich völlig umgeworfen, wie aktueller er ist, wie schnell er ist. Das ist nicht langsam, es ist nicht irgendwie 30er-Jahre-Tempo. Es ist sehr aktuelles Tempo. Der dauert nur 70 Minuten und nicht eine Sekunde Langeweile. Schöne Dialoge, gut gespielt, hochintelligentes Kino. Es macht einfach Spaß. Und gleichzeitig ist es ein simpler Krimi oder ein Thriller. Und man ist wirklich bis zum Schluss angespannt, sitzt man da. Haben die eine Chance, dem bösen Zaroff zu entkommen, ja oder nein? Und das ist aber so, dass ich natürlich irgendwie, ich verrate nichts. Joel McCree, der den Jäger, den Guten also spielt, der ist als Western-Darsteller bekannt geworden. Er wurde erst in den 30er-Jahren bei einem Star in allen möglichen Filmen. Unter anderem auch als Komödien-Darsteller bei Preston Sturges. Sullivans Reisen, sehr empfehlenswerter, witziger Film, der sich ein bisschen auch über die Filmindustrie auslässt. Und dann wurde er ab den 40er-Jahren eigentlich fast nur noch in Western eingesetzt. Die werden ihn möglicherweise gesehen haben, auch als älterer Herr dann schon. In den 50er-Jahren noch Joel McCree, aber ein tatsächlich unterschätzter, sehr guter Schauspieler. Wir haben also ein tolles Paar hier, einen tollen Bösewicht und einen tollen Film. Ja, soweit der Ausflug in die 30er-Jahre. Und der nächste Ausflug geht in das Jahr 1973. Robert Altman. Altman kennt man. Einer der ganz großen amerikanischen Regisseure. Und der hatte Mut, einen Roman zu verfilmen von Raymond Chandler. Das heißt Philip Marlowe. Philip Marlowe ist ja der berühmte Detektiv, den Chandler erfunden hat. Und den kennt jeder wahrscheinlich. Und wenn es nur ein Bild oder ein Foto davon ist, aus der Malteser Falke, wo Humphrey Bogart eben diesen Marlowe spielt. Bogie ist quasi Marlowe. Der Mantel, der Hut. Die typische Geschichte um die femme fatale, die abends ins Büro kommt und dann am Ende erschossen werden muss. Man muss es ja tun irgendwie. Und die Ausweglosigkeit und gleichzeitig eben Bogies Gesicht. Bogie ist dadurch auch zum Star geworden. Von Humphrey Bogart, dem Nebendarsteller in vielen Filmen und Kleindarsteller, zum Superstar. Und noch heute wird dieses ikonische Bild mit Mantel und Hut ganz oft zitiert. Das ist Philip Marlowe, Raymond Chandler, einer der großen amerikanischen Krimi-Autoren der 30er Jahre. Mutig ist es natürlich, 1973 den Marlowe nicht nur aus der Kiste zu holen, sondern ihn in die Gegenwart rein zu versetzen. Zwei Jahre später würde ein Film gedreht werden, der auf Deutsch heißt Fahrt zur Hölle Liebling. Von 1975, wie ich schon sagte. Da ist dann tatsächlich es gelungen, den in die 30er Jahre rein zu versetzen. Ich habe also einen modernen, farbigen Film, nehme den aber komplett in die 30er Jahre rein als Zeit und habe als Hauptdarsteller mit Robert Mitchum, jemanden, der auch schon in den 30er Jahren gespielt hat und der mit seinem verknitterten Gesicht als Marlowe auch exzellent passt, Auch den Fahrt zur Hölle Liebling ganz am Rande möchte ich Ihnen empfehlen. Interessanterweise mit Sylvester Stallone in einer seiner ersten Filmrollen. Und die ist sehr klein, er spielt einen kleinen Untergangster und er wird dann benutzt, um gegen die Tür zu klopfen, um die es dort an einer Stelle geht. Also ich finde, die Rolle von Sylvester Stallone als Türklopfer ist eine, die er exzellent ausfüllen kann. Ihn aber in die Gegenwart zu holen, Philip Marlowe also, in einem Chandler-Film, das war fünf Jahre vorher schon mal versucht worden. Da war es tatsächlich James Garner gewesen, der einen aktuellen Philip Marlowe spielte. Ich glaube, er hieß bei uns der dritte im Hinterhalt. Es ist die Verfilmung des Romans The Little Sister, die kleine Schwester von Chandler. Und der ist tatsächlich nicht gelungen. Das ist zwar 68er Zeitgeist, sehr bunt alles und sehr hübsch gemacht, aber James Garner ist einfach ein Leichtgewicht. Er macht es zu leicht. Er spielt ein bisschen, wie er später, ein paar Jahre später, in der berühmten Serie den Detektiv Rockford gespielt hat. Irgendwie schon, ja, es gibt ein paar Probleme, aber eigentlich ist alles locker, leicht und easy. Am hübschesten ist, dass dort tatsächlich einen Gastauftritt hat, ein Schauspieler, der dann ganz anderen Rollen berühmt werden sollte, der damals in einer Krimiserie einen Kato spielte. Richtig, Bruce Lee, der große Kung-Fu-Star, hüpft 68, also wirklich in einer Szene in das Büro von Marlowe rein und zerschlägt mit Kung-Fu-Schlägen das ganze Büro. Er macht das also quasi komplett kaputt. Die Regale, er springt in die Lampe und zerstört alles und geht dann wieder als Hinweis, Marlowe sei vorsichtig. Und etwas später soll er dann Marlowe töten. Dazu steht Marlowe auf einer Hotelterrasse und dann springt Bruce Lee auf ihn zu und Marlowe geht einfach nur zur Seite. Bruce Lee springt dann ihm vorbei in die Tiefe und stirbt, weil er natürlich runterfällt vom Balkon mehrere Meter tief. Was für ein Unsinn. Und so ist der ganze Film. Dieser hier, ich sagte schon, der Tod kennt keine Wiederkehr, ist das nicht. Der ist nicht witzig. Der ist ernst. Der nimmt seine Figuren ernst. Und er hat tatsächlich einen großartigen Schauspieler in der Hauptrolle, nämlich Elliot Gould. Der wird bis heute ein bisschen unterschätzt. Der war auch in Mesh dabei. Auch aus den 70er Jahren sehr erfolgreiche Militärsatire von Robert Altman, wo eine ganze Serie draus wurde. Eine ganz erfolgreiche Fernsehserie, der in letzter Folge den Zuschauerrekord viele Jahre im amerikanischen Fernsehen, bis in die 90er Jahre hineinhielt. Großartiges Kino. Robert Altman sowieso ein ganz großartiger Regisseur, der eben Kunstfilm drehte. Filme mit Anspruch, die trotzdem unterhaltsam sind. Und dieser hier ist ein gutes Beispiel dafür. Die Veröffentlichung, um das zu erklären, bei Koch Media ist ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr, auch für eine der besten Veröffentlichungen im letzten Jahr. Und die ist gerade jetzt bei Film.de nochmal ans Herz gelegt worden. Und weil ich sie schon länger habe, finde ich, kann man sie auch nochmal loben. Warum lobe ich diesen Film so sehr? Ich habe ihn mir schon ein paar Mal angeguckt und ich mag ihn jedes Mal mehr. Das ist wirklich eine sehr angemessene Verfilmung. Die Drehbuchautorin heißt Lee Brackett. Lee Brackett ist eine Frau, die seit den 40er Jahren im Hollywoodgeschäft ist, die unter anderem Rio Bravo geschrieben hat, die eine Menge Filmdrehbücher geschrieben hat für Filme, wo man immer, und ich habe jahrelang gedacht, Lee Brackett wäre ein Mann. Lee Brackett ist aber eine Frau und ist eine brillante Autorin, die großartiges Genre-Kino schreibt und schreiben kann und auch hier diesen Film hervorragend gescriptet hat, abgesehen von der sehr guten Regie und dem tollen Hauptdarsteller, der wirklich ausweglos ist. Der ist tatsächlich in der Situation, man merkt das, es gibt keine großartige Zukunft für ihn. Und auch wenn er heil aus diesem Film rauskommt, er geht kaputt an Seele und Körper unter allem, denn es ist nur schwer auszuhalten. Es ist wirklich eine existenzialistische Krise. Und es sind so Kleinigkeiten, die den Film so liebenswert großartig machen. Er hat zum Beispiel dieser Marlow sein Büro auch hoch über der Stadt, neben einem Atelier, wo dauernd Frauen als Models arbeiten, die auch nackt rumlaufen. Und das ist so für ihn vollkommen gleichgültig. Er steht dann da und erhält sich mit ihnen, nimmt die Post entgegen, gibt sie ihnen. Und immer wenn Gangster bei ihm auftauchen, gucken die nur rüber und, boah, sag mal, was ist denn das? Die sind doch alle, boah, die sind ja alle. Und dadurch kann er oft auch den Gegner ablenken. Und die für mich schönste Geschichte in dem Film, die Seitengeschichte, ist eine Katzengeschichte. Ich finde ja Katzen immer ganz interessant. Und in vielen Filmen tauchen Katzen auf und meistens so alltäglich. Hier passiert etwas, das man als Katzenbesitzer oder Katzenfreund kennt. Er geht nachts einkaufen, kauft Katzenfutter und der Supermarkt hat alles, aber nicht das Katzenfutter, das die Katze frisst. Also nimmt er irgendein anderes mit, das er findet, geht da nach Hause, holt das alte Katzenfutterdöschen aus dem Mülleimer und füllt mühevoll das neu gekaufte Katzenfutter in das alte Rohr rein, holt die Katze in die Küche und zeigt ihr, wie er die Dose öffnet scheinbar. Gerade in dem Moment, Katze guckt, dieses Futter kommt aus der Dose, riecht so, schmeckt so, ist dein Futter, tut der Katze in das kleine Futterbehälterchen hinein und sie frisst es nicht. Natürlich nicht. Das ist doch nicht mein Futter. Ich kenne das doch. Und Katzenbesitzer kennen das. Katzen verweigern das Futter auch wochenlang. Sie werden immer dünner. Du fragst dich, wovon leben sie? Keine Ahnung, vielleicht fangen sie Wollmäuse, man weiß es nicht. Und genau das passiert hier und dann läuft sie ihm weg. Und wenn er am Ende reagiert, wie er reagiert, ich verrate es nicht, weil das ist wirklich deprimierend, sagt er auch noch, und im Übrigen, die Katze ist auch weg. Das ist einer seiner wichtigen Sätze, der seine Traurigkeit nochmal zusammenfasst. Nicht mal die ist da. Und besser kann man diesen Film kaum zusammenfassen, als die Katze ist auch weg. Das ist wirklich kluges Krimi-Kino, trotzdem auch noch spannend. Es ist adäquat, nur so kann man einen Malo-Film drehen. Und wenn Sie sich jetzt sagen, der ist aber von 73, der ist ja jetzt auch schon wieder 47 Jahre alt. Das ist für ein Film. Wenn Sie ihn heute sehen, wirkt er genauso glänzend und aktuell, wie er es damals tat. Weil er ist völlig aus der Zeit gefallen. Zeitlos und doch zeitverhaftet. Das klingt absurd, ist aber so und passt auch. Kurz, ist ein Film, den man unbedingt sehen muss. Ob Sie sich diese Ausgabe besorgen, die ich empfehlen kann. Kenntnisreiches Booklet. Schöne Dokumentation nochmal, wo auch Elliot Gould zu Wort kommt, der nicht nur ein guter Schauspieler ist, sondern auch ein durchaus intelligenter Mensch. Macht Spaß zuzuhören. Das ist also eine lohnende Anschaffung. Und sonst gibt es auch andere Ausgaben davon. Besorgen Sie sich den Film. Gucken Sie, ob Sie ihn finden. Der lohnt sich einfach. Und von daher rate ich da nur zu. Ja, das wären meine drei Filmtipps. Vielleicht noch eins zum Grafen Zaroff. Sich fragen, wo kriege ich denn jetzt DVDs her? Den Zaroff können Sie zum Beispiel bei Big Vision direkt bestellen. Die freuen sich. Und sind preislich gar nicht so hoch und haben gerade zu Ostern noch ein paar Sonderangebote drin. Den hier werden Sie auch anderswo noch finden. Und den kann man sich auch später noch kaufen. Wichtig ist, ins Regal stellen und ihn ab und zu mal gucken, wenn man Detektivfilme mag. Ja, das wäre sozusagen meine kleine Krimi-Stunde heute hier am Moritzhof. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Vergnügen gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder hier in den Kinoräumen vom Moritzhof. Hof on Air. Schalten Sie ein. Es wird wieder tolle Musik geben, tolle Lesungen, wundervolle Dinge und Buchvorstellungen unserer großartigen FSJlerin. Kurz, hier ist immer was los. Und wenn Corona eines Tages Geschichte ist, wird der Moritzhof immer noch sein. Und Sie werden hier sein können, im Kino oder im Theater oder beim Konzert oder einfach nur im Hof sitzen, wo jetzt der Frühling gerade ausgebrochen ist, und einen Kaffee trinken und dann da sitzen und sagen, wow, Leben ist gut. Ja, Leben ist gut. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020